Seit Mitte des Jahres sind sie ein Paar, und jetzt könnte es zwischen Kylie Jenner und Timothee Chalamet ganz schnell ernst werden. Timothee Chalamet bezeichnet Kylie Jenner schon als tolle Mutter. Sie ist eine tolle Mutter, schwärmt Timothee Chalamet, 27, von Kylie Jenner, 26. Vor knapp drei Monaten machten der Schauspieler und die Unternehmerin ihre Liebe zwar endlich offiziell, allerdings ohne den ganz großen Auftritt. Lieber turteln sie unaufgeregt bei einem Beyoncé-Konzert oder hinter den Kulissen bei Events. Gemeinsames Posing auf dem roten Teppich brauchen die beiden nicht, zu wichtig ist ihnen, was sie aneinander haben. Und deswegen sind sich viele im Umfeld der beiden sicher, jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Gründen sie eine Familie? Mit Ex-Partner Travis Scott, 32, hat Kylie Jenner bereits zwei Kinder, Stormi, 5, und er, 1. Doch für das It-Girl ist noch lange nicht Schluss. In einem Interview verriet sie, ich habe keine Zahl im Kopf. Manche Frauen schon, aber ich habe nicht wirklich einen Plan. Ich denke, dass alles, was passiert, auch passieren soll. Und wenn nicht mit Frauen schwarmt Timothee, mit wem dann? Jetzt ist genau die richtige Zeit für ein Baby mit dem Filmstar. Ein Freund weiß. Er ist der Mann, mit dem sie zusammen sein will. Timothee hat das Zeug zum Seelenverwandten und ist jemand, mit dem sie sich vorstellen kann, ein Kind zu haben. Bei ihrem Ex-Partner Travis ließ Kylie auch nichts anbrennen. Die beiden waren gerade mal neun Monate ein Paar, als die kalifornische Selfmade-Milliardärin die Geburt ihrer Tochter Stormi verkündete. Und Timothee Chalamet hätte jetzt Zeit. Sein Streifen-Wonker ist gerade im Kino angelaufen. Kommendes Jahr folgt noch der zweite Teil von Dune. Abgesehen von Promo-Auftritten für den Streifen, ist über weitere Projekte des New Yorkers erst einmal nichts bekannt. Warum sich also nicht in die private Zukunftsplanung stürzen? Und was würde der Kardashian-Jenner-Clan zu Nachwuchs von Kylie mit Timothee sagen? Ihre ganze Familie liebt ihn, erklärt der Freund und ergänzt, er tut Kylie sehr gut. Seitdem sie mit ihm zusammen ist, wirkt sie sehr zufrieden, entspannt und konzentriert. Na, dann steht dem Projekt-Baby ja nichts mehr im Weg.